Willkommen zurück zu The Titter of Us. Yo, Ellie, was ist los mit dir? Holy shit. Okay, jetzt geht's wieder. Ellie war wohl ein bisschen aufgeregt neben... ...die Team hier. Ja, willkommen zurück zu The Last of Us. Ich bin euer Fio. Und wir jumpen einfach mal rein. Wir müssen wahrscheinlich tauchen. Warte mal, habt ihr das gesehen? Noch was? Erstmal ist Unterwasser was ist. Oh, und jetzt bin ich wieder hier. Achso. Kade. Krass, aber gut. Das heißt jetzt, es kann Unterwasser wirklich was sein. Puh. Lastens. Ich dachte schon auf, hier ist es gut. Ich bin ein Apfester vor. Ihr merkt, wört was ist schon, worauf ich hinaus will, oder? Jetzt wird plötzlich so einfach der Dreck, der nicht mehr da ist. Komischerweise. Komischerweise. Boah, werden die da hin oder da hin? Wir schauen mal. Na, hier kann ich hier rüber wahrscheinlich. Da kann ich, okay. Da halt ich da, kann ich da rüber. Okay, ruhig geschehen, um zu rein zu können. So gehen wir da lang. Weil... Das ist wahrscheinlich eine scheiß Idee. Wir machen's so, okay. Spring war keine Option, oder was? Ich wäre gekommen, weißt du. Wenn du gesagt hattest, dass du gehst. Ich... Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich hab zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Tja, aber irgendwo... Tja, hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich werde dich verknallt. Ernsthaft. Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Boah. Ja, genau das hab ich gemeint. Jetzt die T-Rassismus-Karte. Aber auch noch Spaß zum Glück. So, was haben wir denn hier schönes? Ah, und noch ein bisschen Alkohol, oder was? Oder ist das eine Spielkarte? Nicht müde. Hier ist nichts. Ein bisschen Loot können wir nochmal gebrauchen jetzt. Was ist denn eigentlich? Docktape. Wuhu. Ah, hier können wir auf die andere Seite noch gehen. Okay, cool. Was war denn hier? Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh. Das mag sein. Ja. Oh, ein Kinderbuch. Gut, das ist wie manchmal. Mehr braucht man nicht wissen. Lieblingsbuch als Kind. Ja. Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister. Hey, lieben Geister. Lieben Geister. Anscheinend. Ganz nach deinem Geschmack. Boah, was wird sich für die Logie hier führen? Okay. Was ist mit dir, Knutschesse? Nun, meine Mama hatte nur ein Kind. Das Wurzelkind. Ein Junge verwandelt sich in einen Wald, um sein Dorf zu treffen. Okay. Was, wenn ich die Bücher einfach mal mitnimmte oder so, ne? Ja, das glaub ich gern. Also weißt du schon mal, dass es seins ist, oder wie? Oh, was war'n denn hier? Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Okay, warum? So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen... Bissen. Bisschen hier. Bisschen. Bisschen. Ich glaub, den hab ich sogar jetzt genug wieder für'n Skill, oder? Jawoll. So, was haben wir denn? Huntmananzahl. No. Gut, Fertigungsmenge. Inventarkapazität. Ja, den würde ich gerne Skillen haben, aber ich muss das denn davor skillen. Wer Pfeile fährt, den ja? Das brauch ich gerade noch. Nächste nehm ich den ja. Ah, inventarkapazität. Ist das aber nur... Ist das von Sprengfallen, oder von allem? Von allem. Fuck, wenn nicht. Oh. So, hier sind wir voll, da sind wir voll. Gut, gut. Wenn man den verbissert. Ist nicht gemacht. Hab ich jetzt gemacht. Glaub ich die Waffe schon wieder gewechselt. Achso, ne, ich hab ausgetauscht, aber nicht. Oh. Ne, hab ich doch gemacht, okay. C ist nur... Irgendwie nicht. Ne, hab ich's jetzt verbessert, oder nicht? Scheinbar ja, aber... Man sieht's einfach nicht, okay. Da klingen an einer Klinge sind nun wahrscheinlich. Jetzt sind wir hier oben. Hier geht's nicht lang. Bin nicht schön. Wir können außen um unsere Rieserad gehen. Okay. Sind wir oben? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen dreimal rechts um den Blocken rum, statt einmal nach links. Okay. Dann gehen wir das Gebiet. Ja, hörst du, Junge! Scheiße! 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 Ich sehe nach, ob das Überlebende gibt. Okay, das sind jetzt Wulfs. Ah, warum? Ich bin so wegschnipern. Warum sehe ich die nicht? Ich krieg's gar nicht mehr. Wir alle. Aber fährt ihn sogar an der Leine, oder? Ich weiß nicht, was abgeht Ich finde es eigentlich süß, dass Hund sich jetzt zu sorgen um seinen Herrscher macht Das würde ich gleich mal sagen Ich bin Mal zu. Da schleicht jemand rum. Ach und? Da ist noch jemand, okay. Nein. Jetzt die große Schießereien oder? Ist das? Der Unfall sinkt im Eck, kann man dazu sagen. Ach, ist doch nicht ganz... gewesen. Was? Okay. Okay. Vielleicht kein Dingsumste mehr. Das ist keiner mitbekommen hat, den Schuss. Was ich gewählt habe. Das kriegt natürlich jeder mit. Wäre so klar. Ja. Ich ja. Das tat ich heute zuerst schlagen. Das ist toll. Das ist schön. Das war das? Das war das? Das war das an? Das war das? Okay, der wollte sich scheinbar nicht wehren. Oh, ja gut. Wenn der am Ende so darunter hängt, die Mutters, die mich gesehen haben, ist hier noch einer. Da ist noch einer. Okay. Bisschen nix dran. Warum sollte auch was Gutes hier sein? Oh, nicht. Hier müsste so viel Müll rumliegen, so viel Flasche müsste ich ja nicht kriegen. Deine Mama. Da drüben. Oh, ich hoffe ich hätte ihn gehabt. Ich glaube, das war der letzte. Ja. Komm mal. Geht mir auch so. Gibt sich hier lang? Ja, jetzt haben sie sowas hier und haben keinen Sniper da drin. Oh, gut. Scheren, nice. Du kannst es auch mal mitlooten, Junge, ne? Vor allem, dass die sich nicht einfach vollstopfen bis zum Abwinken, sag ich mal. Oh, nett. Danke. Sehr schön. Sehr schön. Oh, schrotten. Welche echt. Es ist echt phasen, da kriegst du echt nur von einer Art. So wie Muni. So, wir haben keine Behälter mehr. Und den Rest haben wir so gut wie voll. Warum brauchst du noch einen? Okay. Dann haben wir hier auch eine Ausrüstung an, jetzt soweit. Nein, und jetzt. Jules. Hey Jules, bist du noch da draußen? Ich würde sagen, ja. Ich würde ja sagen. Wenn du dich behalst. Ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, oder ob. Was soll ich tun? Ich bin weit gekommen. Miss Grey. Das ist nicht verstanden. Egal. Schaden die Waffe. Gehe ich noch Muni? Ah, ich kriege noch Muni. Geil. Auch noch Muni Pack. Fertig. Ja. Haben wir hier auch gekommen. So. Die Jungs waren ja noch da drin gewesen. Guck mal, wo wir da rein. recht dann im grunde übergelassen noch schön 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 noch einen Lappen Make-up jetzt brauchen wir nur noch einen blöden Behälter Lustig Behälter, Müll Müll finden wir ja nicht alles wir finden alles, aber den Müll nicht recht unglaublich, oder? ich meine, die Welt ist uns zu gemüllt, aber das Richtige für den fucking Schalldämpfer ist natürlich nicht dabei Rageons Strapics Ah, der Weg sieht noch ein Stromschnell aus wird das gefährlich werden für uns naja, wir werden ein bisschen getrieben oh, noch ein bisschen so, schauen wir uns natürlich um Luke muss allgegenwärtig sein weder geht es da noch, weder da noch ok, auf jeden Fall sind wir Fische alle Fische gesehen da hinten ist ein Fisch ja klar sollen wir das machen, aber ich habe gerade den Fakt, dass da ein Fisch ist cool so äh, gruselige Schaufenster poppen wenn hier nicht mehr irgendwie die Klicke auftauchen oder so weiß ich auch nicht ja, man hört schon was, soll ich sagen so vielleicht vielleicht, vielleicht auch nicht man weiß es nicht weiß nur, ich will endlich Schrott haben ist noch eine Werkbank, lol ok ja, leider haben wir so wenig, dass wir gar nichts damit anfangen können so, entweder habe ich hier die Menge Schrott verpasst, oder falsch investiert am Anfang keine Ahnung keine Ahnung Müll so wahrscheinlich wenn ich jetzt anfange die Shotgun zu nutzen dann kriege ich wieder keine Shotgun-Money fertig drum mal hier noch kriechen schon die Stunden direkt und um dann festzustellen, dass wir gar nichts essen wir hätten einen dann wegnehmen können der sauberer gewesen wäre wir stehen hier ah noch mal ein bisschen Schrott, sehr schön da soll ich wahrscheinlich rüber hier gucken wir genau eben schnell ja jetzt nix gut dann gehen wir da rüber aufgecheckt haben, ob wir die Klicker sind, oder so nö gar nix verstehe ich nicht, warum wir mit Plastikflaschen so wenig kriegen, ja vielleicht vielleicht das beste Ressource 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 die wir kriegen können Baustelle hm wir wollen ein Boot um hinzukommen zur Hölle kommen wir da rüber vielleicht über die Straße aber das ist ein verdammt weiter Weg oder damit ja schon besser ja ja alles klar das Ziel ist gesetzt dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf der ciao ciao so Bis zum nächsten Mal.